Yo Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf Crypto Anarchist. Der Preis von XRP ist heute bei 54 Cent, wieder 3% gesunken. Der ganze Markt ist auch overall wieder sehr im roten Bereich. Wir haben allen voran Eternity mit 5% im Minus, Bitcoin auch wieder ein bisschen gesunken bei 56.100. Also overall alles wieder eher im roten Bereich und entsprechend andere Coins ein wenig mit nach unten gezogen. Aber das soll uns gar nicht aufhalten, denn wir haben einige interessante News rund um Ripple, XRP und den Kryptomarkt allgemein. Von daher schauen wir mal direkt rein. Wir haben hier am Anfang das Thema IPO, denn Ripple ist nach wie vor heiß auf ein IPO. Das haben sie auch in der Vergangenheit schon gesagt und das wird auch irgendwann passieren. Aber ganz wichtig, man weiß noch kein konkretes Datum. Und natürlich ändert sich die Rechtslage in den USA auch teilweise. Das muss man auch ganz klar bedenken, dass also auch Ripple in gewisser Weise warten möchte, bis sie regulatorische Klarheit besitzen, was alles andere noch anbetrifft. Also in dem Bereich ist Ripple da tatsächlich ein bisschen vorsichtiger geworden. Denn was sie in der Vergangenheit gemacht haben, denn eigentlich Kapitaleinsammeln war noch nie ein Problem bei Ripple. Sie haben entsprechend schon Aktien rausgegeben und verkauft, Aktienpakete an ausgewählte Investoren und haben dann meistens nach ein oder zwei Jahren ein Rückkaufangebot von einem gewissen Prozentsatz von diesen Aktien durchgeführt und zwar dann eben zu einer höheren Rendite, also beispielsweise 40, 50 Prozent höher, das entsprechend dann zurückgekauft. Und in dem Fall könnten wir tatsächlich erwarten, dass Ripple nächstes Jahr, also 2025, wirklich ihren IPO durchführt, also quasi an die Börse richtig gehen. Dann werden sie so gehandelt wie zum Beispiel Coinbase als Aktien. Und das könnte eben perfekt zu dem Launch von dem RL-US-Dollar passen, der ja noch dieses Jahr passieren soll. Und in dem Fall hätte Ripple dann ein sehr starkes Income, was man dann entsprechend auch auf die IPO, also die Aktienhalter, wieder verteilen könnte. Ich denke also, wenn man zum Beispiel in Zukunft diese Stablecoins verleihen würde, da eine gewisse Rendite für er bekommt und so weiter, dann kann man das Ganze wirklich schön in den Profit der Firma wieder umleiten. Die wohl wichtigsten Player sind hier unten nochmal verlinkt. Auf der einen Seite natürlich Brad Garlinghouse als CEO, gar keine Frage, Ripple als Firma und auch Linkto als einer der Partner von Ripple, die aktuell schon private Aktien, also Vorzugsaktien quasi, von Ripple verkaufen. Ich denke, das wird in Zukunft nochmal deutlich besser werden, auch was den internationalen Markt anbetrifft. Denn aktuell muss man akkreditierter US-Investor sein, um dort Zugriff zu haben. Aber Ripple wird mit Sicherheit auch bald den internationalen Markt entsprechend da mit einbeziehen. Dann haben wir tatsächlich noch ein paar News zum ganzen Thema Strafe, beziehungsweise auch vor Gericht wird jetzt Berufung eingelegt und so weiter und so fort. Und eigentlich war ja schon klar, dass diese 125 Millionen Dollar jetzt bezahlt werden müssen. Das war eigentlich soweit ganz klar und sollte jetzt innerhalb der nächsten paar Tage passieren, wenn es nicht schon quasi passiert wäre. Zumindest war das damals unsere Annahme. Schaut dafür gerne mal ein Video von vor zwei Tagen nochmal an. Und in dem Fall hat Ripple jetzt aber noch eine Anfrage gestellt, ob man nicht das Ganze noch ein bisschen verschieben könnte. Und da ist eben die Frage, warum haben sie das getan? Die Frage ist also, warum möchte Ripple das aktuell noch verzögern? Wollen sie da vielleicht doch auf eine gewisse Berufung spekulieren? In dem Fall sind die Chancen also für eine Berufung aktuell deutlich gestiegen. Denn, wie gesagt, wenn Ripple das alles schon so in trockenen Tüchern sehen würde, dann gäbe es wahrscheinlich wenig Gründe, das Ganze jetzt schon dahingehend zu bezahlen. Es gibt aus meiner Sicht positive Argumente für beide Seiten. Also sowohl für die Berufung als auch für die Nichtberufung quasi. Die meisten Leute sind wahrscheinlich eher der Meinung, dass eine Berufung eher hinderlich wäre für Ripple. Einfach, weil das das Ganze nochmal deutlich weiter hinaus zögern würde. Ripple ist aktuell selbst ein bisschen auf dem Grind, dass sie sagen, wahrscheinlich wollen sie da noch ein bisschen nachverhandeln, sage ich mal. Vielleicht wirken die 125 Millionen für sie jetzt so auf einem Haufen doch schon ein bisschen viel. Auch wenn sie mehr als 2 Milliarden Dollar Cash-Reserven haben, wie sie immer schön sagen. Trotzdem sind 125 Millionen viel Geld, gar keine Frage. Also ich glaube, das sollte man nicht vergessen. Auf der anderen Seite könnten wir, wenn es tatsächlich zur Berufung kommt, das Settlement erst halt eben nächstes Jahr sehen. Ein renommierter Anwalt aus diesem Space hat gesagt, dass das Ganze wahrscheinlich dann Mitte Sommer nächsten Jahres entsprechend zum Ende kommen würde. Ja, ob das Ganze dann so passiert oder nicht, das werden wir dann entsprechend sehen. Aber ich glaube einfach, für die meisten Leute wäre es eine gewisse Enttäuschung und deswegen wünsche ich mir natürlich keine Berufung und ich würde auch nach wie vor spekulieren, dass es die nicht gibt. Aber trotzdem macht Ripple da entsprechend ihre Moves und sie wollen gerade diese 125 Millionen noch nicht bezahlen. Einige Leute gehen sogar so weit, dass wenn wir entsprechend in eine Berufung gehen sollten, der Preis von XRP nochmal ordentlich droppen könnte. Was für den einen wahrscheinlich ein sehr negatives Bild wäre, wäre für eine andere Person wahrscheinlich ein guter Einstiegspreis. In dem Fall kommt jetzt der gute Wall Street Bulls mit einer Preis-Prediction von 28 Cent oder 29 Cent pro XRP. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, woraus er das hier zieht, einfach nur, weil wir schon mal damals eine Support-Line da hatten. Okay, mag sein. Aber ich denke einfach, wir sind gerade hier in einem recht guten Tunnel sozusagen, in diesen Bollinger Bands. In der Form switchen wir immer irgendwo zwischen 50 und 70 Cent hin und her. Also ich glaube, da sind wir gerade vom Preis her eigentlich ganz gut aufgestellt und die meisten Leute warten ja gerade auf diesen Ausbruch nach oben. Ich hoffe natürlich auch, aber dafür muss halt auch Bitcoin in der ganzen Markt overall mitspielen. Und das ist eben die Frage, ob das jetzt als nächstes tatsächlich passiert. Wovon aber die meisten ausgehen, was wir in Zukunft erleben werden, ist der Absturz von Tether, also von USDT. Jetzt kann man sich fragen, aber der Coin ist doch immer bei 1 Dollar, wie kann der denn abstürzen? Ja, ganz einfach, in der Form, dass er Marktdominanz verliert. Aktuell ist der USDT definitiv die größte Stablecoin-Kryptowährung der Welt und das auch mit großem Abstand. Also USDC, der einzige, der noch so ungefähr das Wasser reichen kann, ist auch deutlich hinter USDT, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Ob man jetzt ein Fan von Tether und USDT ist, das ist eine andere Frage, das kann man gerne mal anders mal klären. Aber ich glaube einfach, die Marktdominanz wird da schlagartig einbrechen. Und was wir auch wissen ist, dass Bitcoin massiv durch USDT quasi finanziert wird, wenn man so möchte, soll bedeuten, dass wenn hier der USDT abstürzt, wahrscheinlich auch das ganze Bitcoin mit runterziehen könnte, was dann so einen gewissen negativen Effekt, so eine Spirale quasi auslösen könnte. Vielleicht erinnert ihr euch noch damals an Terra Luna, da war es ähnlich, dass der Stablecoin eingebrochen ist, dann ist Bitcoin weiter gesunken, dann ist auch der Luna-Coin weiter gesunken und dann hat sich das alles so ein bisschen verstärkt permanent und ist runtergegangen. Also ja, das waren auf jeden Fall sehr, sehr unschöne Zeiten, aber ihr wisst, jede Krise hat auch immer Chancen, in dem Fall könnte das natürlich auch so sein. Ich will jetzt nicht sagen, dass Tether morgen komplett auf Null geht oder sowas, dass der ganze Markt irgendwie implodiert, aber man muss schon sagen, diese Ära Tether könnte tatsächlich bald enden und dann brauchen wir eben jemand Neues auf diesem Thron, diesem metaphorischen Thron. Und ich glaube USDC, aber vielleicht auch der RLUS-Dollar sind da definitiv sehr gute Kandidaten für und ich würde mich natürlich freuen, wenn Ripple es schafft, sich diesen Platz da quasi zu sichern und in Zukunft massiv viele Transaktionen auch über den XAP Ledger allein dadurch dazukommen. Und tatsächlich bin das nicht nur ich, der sagt, dass die Ära von Tether bald enden könnte, auch JP Morgan hat hier einmal eine kleine Vorhersage, dass sie denken, das könnte nicht mehr lange gut gehen. In dem Bereich haben sie hier ein kleines Statement dann dazu geschrieben und auch wenn sie es jetzt nicht aktiv erwähnen, also mit dem RLUS-Dollar, ist das glaube ich das, was wir alle denken. Seit ein paar Tagen und Wochen vielleicht schon ist jetzt JP Morgan dabei, Tether und die aktuellen Strukturen da ein bisschen schlecht zu reden. Auf der anderen Seite loben sie XAP gerade massiv, sie loben den XAP Ledger gerade massiv und eben auch den RLUS-Dollar damit indirekt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob man da mit Ripple und so weiter zusammenarbeitet, ob man quasi sagt, oh, das ist etwas, was uns allen einen Vorteil bringt, deswegen arbeiten wir da zusammen. Ich würde jetzt JP Morgan nicht so einschätzen, als wenn sie unbedingt die Teamplayer schlechthin wären, aber in dem Fall haben sie wahrscheinlich abgewogen und gesagt, ja, mit Ripple zusammenarbeiten ist wahrscheinlich einfacher und besser, als gegen sie zu arbeiten. Und in dem Fall kann man schon sehen, Ripple ist eine gewisse etablierte Größe, würde ich sagen, in dem Space, wo man eben ab einer gewissen Größe auch einfach nicht mehr dran vorbeikommt. Und parallel dazu haben wir das aktuelle Ripple-Swell-Event und wenn man sich nochmal anschaut, was da eigentlich für Speaker sind, ja, dann kann man sich wirklich schon glücklich schätzen, dass Ripple da so ein großes Event veranstaltet. In dem Fall sprechen sie hier mit Coinbase, einer der größten Börsen ever, Gemini, ebenfalls kleinerer Ableger für den EU-Markt davon und Kraken, auch eine größere Börse, die hatte jetzt auch in der Vergangenheit schon Stress mit der SEC. Ich glaube ehrlich gesagt, die drei Firmen hatten alle schon Stress mit der SEC in den letzten Wochen und Monaten. Hier sehen wir einmal die drei Speaker, also hier von Gemini und hier nochmal von Kraken. Ist auf jeden Fall ganz cool zu sehen und in dem Fall ist es schon sehr auffällig, sage ich mal, dass Ripple gerade mit vielen Börsen aus den USA spricht. Das sind jetzt alles US-ansässige Börsen, genauso wie eben das ganze Swell-Event jetzt auch in den USA stattfindet. Also man hat den Fokus komplett verlagert von Dubai, wo es normalerweise stattgefunden hat, jetzt eben auf Amerika mit amerikanischen Börsen, amerikanischen Sprechern und so weiter. Also ich glaube, man möchte jetzt langsam aber sicher doch in dem amerikanischen Markt mal so ein bisschen wieder Gas geben und entsprechend seine Macht da ausweiten. Finde ich auf jeden Fall interessant. Und allein an diesen Handlungen kann man ja schon ableiten, dass Ripple eben wieder den amerikanischen Markt wieder mehr in den Fokus rücken möchte. Dann gab es eine interessante, beziehungsweise eher schon super wilde News, die jetzt so ein bisschen rumgegeistert ist, die ich nicht für echt halte. Das ist schon mal ganz klar vorneweg. Und zwar Elon Musk, kennt ihr ja, hat damals ja Twitter aufgekauft und hat auch Ripple ein Angebot gemacht, das Ganze aufzukaufen. Und entsprechend gibt es jetzt Gerüchte, dass Elon Musk angeblich auch Ripple aufkaufen will. Halte ich ehrlich gesagt nichts von. Also ich glaube, das ist alles nur ausgedacht und gibt eigentlich keinen Grund, das zu glauben, sage ich mal. Die Idee dahinter zu besprechen ist natürlich trotzdem interessant. Einfach auch, weil es immer wieder spekuliert wird, dass Elon Musk selbst ja einen gewissen großen Teil an XRP besitzt oder zumindest besitzen soll quasi. Und auf der anderen Seite, dass Elon Musks Anfänge im Business ja auch mit Zahlungsfirmen waren. Und nachdem er PayPal damals verkauft hat, er jetzt eigentlich irgendwann mal wieder Lust hätte, in diesem Bereich zu arbeiten. Und XRP mit Krypto und so weiter ist da wahrscheinlich sehr naheliegend. Das sehe ich natürlich auch. Aber ich denke mal nicht, dass Elon Musk jetzt spezifisch ein Angebot an Ripple getätigt hat, sage ich mal. Er wird XRP halten. Er wird wahrscheinlich auch ein bisschen mehr XRP halten, als er halten würde, wenn er nur in alle Kryptowährungen investieren würde. Also ich denke, er kennt das Thema auf jeden Fall. Er ist da auf jeden Fall bewandert. Aber ich denke trotzdem, er wird hier nicht die Entscheidung treffen, Ripple komplett aufzukaufen und zu sagen, ich bin jetzt hier der neue CEO. Ich bin der neue Mac. Ich denke, da kann er auch mit einer guten Zusammenarbeit mit Ripple einiges reißen. Für Twitter auch. Ich glaube, das ist gerade sein Hauptfokus. Alles andere werden wir dann sehen. Dann haben wir ein paar Impressionen. Und zwar hier einmal vom XRP Community Day. Das sehen wir dann hier einmal. XRP Ledger Blockchain Build for Business. Also da werden sie gerade wieder fleißig mit ein paar B2B Kunden sprechen. Und auch in Tokio findet natürlich gerade der XRP Ledger Community Day statt. Und dort ist Brad Gardinghouse als CEO von Ripple auch vertreten. Er spricht dann nochmal zu den Fans, zu den Leuten quasi und hat ein paar Worte, die er hier an uns richtet. Ich finde das auf jeden Fall ganz cool. Ich hatte nämlich gestern noch in den Kommentaren jemand gelesen, so ja, Brad Gardinghouse, der versteckt sich. Der ist gar nicht irgendwie auf den Events und so weiter. Der ist nicht mehr öffentlich. Der hat zu viel Angst so in der Richtung. Und ja, das Video ist glaube ich von heute Nacht, beziehungsweise gestern Abend. Also ich glaube, er ist dann doch schon ein bisschen präsenter, als er versteckt sich aktuell. Nur eigentlich ganz im Gegenteil. Ich würde sagen, er ist jeden Tag auf Twitter. Er ist da eigentlich ziemlich transparent, was sowas anbetrifft. Natürlich ist es immer einfach, diese Leute zu kritisieren, wenn der Preis gerade nicht 50x macht, so wie man sich das vorgestellt hat. Und Brad Gardinghouse einen noch nicht reich gemacht hat. Trotzdem würde ich sagen, er ist gerade weit entfernt davon, sich zu verstecken oder irgendwie in so einer Art Elfenbeinturm eins zu mauern und zu sagen, oh nee, ich will nicht mehr mit der Community sprechen. Ganz im Gegenteil, er ist hier auf den XRP Ledger Community Days. Ich denke, das spricht auf jeden Fall Bände. Dann haben wir noch einen interessanten Post von Bitrue, denn sie haben hier geschrieben, Study XRP. Also schaut euch XRP an, lernt, was es mit XRP auf sich hat. Und dann diesen Zeigefinger in eure Richtung. Also du, XRP, Study XRP. Finde ich auf jeden Fall interessant. Bitrue generell ein großer Fan von XRP. Also sie haben schon sehr, sehr lange sehr viel XRP-positiven Content quasi gepostet. Also ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dann noch ganz interessant haben wir Hedera, denn die sind jetzt offiziell der sogenannten D-Rack Alliance beigetreten. Das Ganze noch zusätzlich zu Cardano-Entwicklern und noch der Algorand Foundation, Ripple und XRP Labs. Also die waren schon vorher da, logischerweise. Aber Hedera ist nun offiziell auch beigetreten. Wenn man hier unten nochmal schaut, dann findet man noch ein paar andere interessante Firmen, die teilweise bekannter sind, teilweise nicht so bekannt sind. Aber zum Beispiel Constation Deck haben die meisten von euch wahrscheinlich auch schon mal gehört. Oder auch Casper ist den meisten auch ein Begriff. Also ja, ich glaube, das sind alles so bekanntere Firmen oder mehr oder weniger bekannte Firmen, sage ich mal. Und entsprechend ist die Hedera Foundation jetzt auch mit dabei. Und dann haben wir noch einen interessanten Chart von AliCharts. Und er hat hier die aktuelle Google-Suche nach dem Begriff Bitcoin einmal rausgesucht. Und man muss ganz ehrlich sagen, das sieht gerade ein bisschen bitter aus rund um Bitcoin. Also hier seit August 2023 haben wir jetzt das tiefste Niveau quasi. Also August war dann irgendwo hier so. Und auf diesem Punkt sind wir jetzt wieder. Jetzt muss man ganz klar sagen, das hat jetzt erstmal weniger zu bedeuten, ob der Bitcoin-Preis jetzt steigen wird oder sinken wird. Aber ich denke, man kann schon erkennen, dass in gewissen Hype-Situationen auf einmal diese Interest-Overtime massiv angestiegen ist. Und ist jetzt tatsächlich nur noch ein Viertel oder ein Fünftel vielleicht sogar von dem, wo es im All-Time-High mal war. Natürlich heißt das nicht, dass Bitcoin jetzt irgendwie played out ist und nie wieder hochkommt oder sowas. Aber man darf nicht vergessen, die aktuellen Bewegungen, die passieren, während vollkommenes Desinteresse an Bitcoin besteht quasi. Also kein Interesse besteht an Bitcoin, denn die Leute juckt es gerade echt wenig. Und am Ende haben wir natürlich wie immer noch einen Fun-Tweet. Und zwar hier von MM-Crypto. Und zwar der Bitcoin-Vibe aktuell. Und dann hier diese ganzen schönen Luxusgüter. Also ich frage mich immer, wie man sich sowas leisten kann. Der hat erstmal eine Rolex hier. Ich glaube, wenn ich das richtig sehe, ist das eine Submariner oder eine Day-Date. Ich glaube, eine Day-Just-2 ist das. Also auf jeden Fall sehr stylisch. Haben wir natürlich den Lamborghini Huracan auch mit am Start. Und noch Starbucks, den Double Fresh Mints. Also auf jeden Fall Luxusgüter, die der junge Mann sich hier leisten kann. Ja, und mit Krypto und Bitcoin könnt ihr das natürlich auch. Aber egal, ob ihr ein, zwei oder kein Auto habt. Ich habe mich natürlich gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Und ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen auf diesem Kanal wieder. Zu neuen News rund um den Kryptomarkt allgemein. Bis dahin, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen. Und gebt ein Like oder Dislike, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.